Hey und willkommen zu einem neuen Video und das, was ihr jetzt gerade hier seht, ist kein besonderer Filter. Ich bin gerade ganz normal in Minecraft drin und, äh, ja, habe keine besondere Einstellung. Wenn ich, kann ich auf 3 drücken? Oben links könnt ihr es sehen. Wir sind ganz normal auf der 1.6.4 Optifine ist drin. Es ist kein Shader drin. Es ist kein gar nichts drin. Ähm, wir sind im Säufel. Und was damit auf sich hat, seht ihr jetzt hier. Leute, ich bin in einem Creeper drin und zeige euch, wie ein Creeper die Welt seht. Wenn ich auf 5 drücke, ne, dann, wenn ich jetzt gerade hier kann ich die Position wechseln. Ähm, streng genommen ist es, glaube ich, sogar ein Shader, wenn ich es gerade richtig sehe. Wenn ich auf 3 drücke, habe ich vorher auch nicht geguckt. Ähm, hier steht beim, ähm, Shader, also bei einer F3-Position. Minecraft Shader slash Post slash Creeper Jason. Es gibt also im Minecraft-Spiel selbst Shader, die Mob-Sichten nachahmen. Da gibt es nicht nur den Creeper, sondern auch noch ein paar andere Dinge und die können wir uns ebenfalls mit angucken. Jedenfalls, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie der Creeper überhaupt so weit gucken kann mit dieser absolut grünen Sicht. Ich würde da nicht so arg viele entkennen, schon gar nicht auf die Entfernung. Hinten passiert ein bisschen was. Ich glaube, da dürfte irgendwo ein Golem rum oder irgendwie sowas. Ja, genau, den Golem habe ich gerade so ein bisschen pixeliert gesehen. Aber, äh, ja, da gibt es noch weitere Sachen. Das war Creeper. Es gibt noch was Feines. Und zwar Spinnen. Die haben auch eine andere Sicht, weil eine Spinne hat ja mehr als zwei Augen, logischerweise. Und wenn ich einfach mal eine Cave-Spider mache und im Spectator-Mod in diese reingehe, dann sieht das etwas seltsamer aus. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, also unten halt eine große Sicht, wie ihr sehen könnt. Dann da, da. Ich sehe diesen Busch 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Wie kann das denn sein, dass ich nur 5 Sichten habe? Und nicht 6 oder 8. Am Spinnen nicht 8 Augen? Okay, ähm, Cave-Spider sieht die Minecraft-Fell so. Eine normale Spinne sieht sie eigentlich genauso. Aber ich wollte es trotzdem nochmal zeigen, separat holen, damit man sehen kann, dass sie hier, ne? Warte mal kurz, ich wollte gerade sagen, warum guckt ihr nach oben? Genau, und da sehen wir auch schon die andere Spinne. Ganz, ganz weird. Ich weiß gar nicht, warum das unbedingt eingefügt wurde in Minecraft, weil ich glaube, Leute, ich habe das A seit Jahren jetzt nicht mehr gezeigt. Das habe ich irgendwann vor ganz, ganz langer Zeit mal gezeigt. Und seitdem nicht mehr. Ich dachte, es wäre trotzdem interessant, nochmal rauszuhauen. Übrigens eine Sache, aber noch den Enderman. Und der sieht die Welt ganz interessant. Dazu kommen wir gleich. Ich dachte, es wäre mir wieder Zeit, ein paar interessante Sachen zu zeigen, die, weiß ich nicht, wenn Sachen einfach Jahre alt schon sehen. Ich glaube, es hat das letzte Mal vor fünf, sechs Jahren gezeigt, am Anfang von Fünf-Dinge-Minecraft. Oder war das 2014, 15, irgendwie sowas? Krass. Wer von euch kannte die Zunichten noch und wer weiß auch schon, wie der Enderman aussieht, gerne mal in die Kommentare reinposten. Ja, kurz im Sinne der Minecraft-Videos. Können auch gelegentlich mal sein. Ich zeige es euch mal, was hier abgeht. Wenn wir den Enderman reingehen, ja, dann sieht er alle Blöcke invertiert. Also, das ist so eine Negativ-Ansicht. Und eine Sache wollte ich gleich nochmal testen. Ich glaube nämlich, dass ein Cobblestone übrigens, ja, oder dass der Endstone die Negativ-Ansicht eines Cobblestones ist. Und eventuell, wenn ich jetzt gerade mal hier ein bisschen Cobblestone setze und ich in die Sicht des Endermans reingehe, dann müsste das hier aussehen wie Endstone. Okay, da haben wir es. Nachdem die ersten Endermen ein paar Mal weggerannt sind, ihr seht, schaut mal, der Cobblestone sieht in der Enderman-Sicht ebenso aus wie Endstone. Kann mir keiner so sagen, dass es nicht so wäre. Und Endstone müsste natürlich aussehen wie Cobblestone. Und das müssten wir eigentlich auch mal ausprobieren. So, ich habe jetzt mal den Endstone als Säule gesetzt und man sieht, es ist komplett invertiert. Oh ja, der Cobblestone sieht aus wie Endstone, der Endstone sieht aus wie Cobblestone. WTF? Dann gehen wir raus und alles ist genau andersrum. Und ja, so sieht es aus im Kopf eines Endermen. Der hat dann auch den Shaders posten. Da steht auch nicht Enderman Jason, sondern Invert Jason. Cool. Echt sehr, sehr, sehr cool. Okay, ich dachte, ich zeige es euch mal. Und schätzungsweise kannt ihr es noch nicht. Wann habt ihr euch das letzte Mal in einem Spectator-Mode, in einen Creeper, in eine Spinne oder in einen Enderman reingesetzt? Ich vermute, das werden die wenigsten getan haben. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Weitere kurze Videos gibt es auch auf meinem Kanal. Und ein Like für den YouTube-Algut muss dalassen, wäre noch wahnsinnig lieb von euch. Vielen, vielen Dank und ciao, ciao.